Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe der Hertha BSC Transfer News. Die letzten Transfer News sind glaube ich mittlerweile schon fast ein Monat her und seitdem gibt es natürlich wieder einiges an Informationen, was sich angesammelt hat. Heute möchte ich vor allem über unsere Line sprechen, denn dort steht die ein oder andere Veränderung an und zwar insbesondere, wenn wir über Frederik-André Björkern sprechen. Ich würde sagen, verlieren wir jetzt zu der Zeit und sprechen wir zunächst über Frederik-André Björkern. Frederik-André Björkern ist ja im letzten Winter von Bodo Glimtz zu uns gewechselt. Er kam damals ablösefrei vom norwegischen Top-Verein und seitdem hat er nie so wirklich gut für uns gespielt. Man muss festhalten, er hat glaube ich insgesamt nur zwei, drei Spiele in einer Startformation verbracht. Konnte die Form, die er in Norwegen bewiesen hat, nie bei uns zeigen und er hat den Sprung von der norwegischen Elitisierung, das heißt der norwegischen 1. Liga in die Bundesliga, nicht geschafft. Er hat aber in Norwegen bei Bodo Glimtz tatsächlich einen richtig guten Job gemacht. Denn in insgesamt 136 Spielen für Bodo Glimtz konnte der Linksverteidiger 8 Tore und 16 Vorlangen erzielen und er war tatsächlich auch ein gejagtes Talent von riesigen Top-Vereinen. Unter anderem Tottenham soll an Björkern Interesse gezeigt haben. Wir haben dann den Zuschlag bekommen mit dem Auftrag, Björkern weiterhin zu entwickeln. Aber irgendwie hat das bei uns nie gestimmt. Er hat nur 10 Mal für Hertha BSC geübt und diese 10 Einsätze waren auch wirklich nicht gut. Er hat anfangs unter Typhon Korkut noch Stamm gespielt. Wenn ich da zum Beispiel an das Bayern-Spiel denke, dort hat er noch in der Startformation gestanden, aber dann auch unter Felix Magath wurde aus dem Kader gestrichen. Und auch jetzt in dieser Vorbereitung unter Sandro Schwarz war Fredrik-André Björkern nicht ansatzweise eine Stütze, sodass man sich entschieden hat, Fredrik-André Björkern für Spielpraxis zu verleihen. Und zwar hat man ihn verliehen nach Fell-Nord-Rotterdam und Fell-Nord-Rotterdam ist überhaupt nicht zufrieden mit Björkern. Er spielt seit dem fünften Spieltag für Fell-Nord-Rotterdam und dort hat er insgesamt ein Spiel in der Startformation gebracht. Und das ist der einzige Einsatz, den er überhaupt für den Verein gemacht hat. Er ist jetzt mittlerweile nicht bei meinem Kader. Er hat den sechsten und den siebten, achten und neunten Spieltag jeweils im Kader verbracht, hat aber nicht eine Einsatzminute gesammelt. Und ja, gegen AZ Eichmar zuletzt wurde er aus dem Kader gestrichen. Er ist mittlerweile nur noch Linksverteidiger Nummer 3. Und das, obwohl er perspektivisch als Nummer 1 verpflichtet worden war. Und das ist schon eine rapide, katastrophale Entwicklung. Man muss festhalten, Fell-Nord-Rotterdam hat Björkern verpflichtet, weil deren erster Linksverteidiger ausgefallen ist und deren zweiter Linksverteidiger nicht die nötige Qualität hatte. Somit haben sie sich entschieden, einen weiteren Linksverteidiger mit Björkern zu verpflichten. Aber er funktioniert überhaupt nicht bei Fell-Nord-Rotterdam und scheint wirklich von den Qualitäten von Hertha BSC komplett fehlerhaft eingeschätzt worden zu sein. Man muss festhalten, eigentlich war Ferdig-André Björkern in Norwegen ein richtig guter Linksverteidiger. Einer, der offensive Akzente gesetzt hat, der viel Tempo hat, der auch ein bisschen Druck nach vorne erzeugen kann und der vor allem Konsequenz in seinen Aktionen hat. Aber das konnte er seit zwei Jahren nicht mehr zeigen. Er ist in einem absoluten Formtief. Und jetzt kommen wir zu den News. Die Laie zu Ferdinand-Rotterdam würde ja bis zum Ende der Saison laufen und am Ende der Saison hätte Ferdinand-Rotterdam eine Kaufoption, mit der sie Björkern fest verpflichten. Ja, nein. Ferdig-André Björkern bzw. auch Ferdinand-Rotterdam planen eine Lösung, um die Laie vorzeitig zu beenden. Und das heißt, Björkern würde im Winter zu Hertha BSC zurückkehren. Und das ist nochmal recht interessant. Momentan sind wir auf der Linksverteidiger Position durchwachsen. Wir haben Plattenhardt, der natürlich als Kapitän Stamm spielt. Nicht immer seine Bestleistungen abruft, aber das ist egal. Er hat uns gerettet. Meinetwegen kann er immer scheiße spielen, ist mir egal. Und wir haben Maximilian Mittelstädt. Maximilian Mittelstädt, natürlich als guter Satzmann, das haben wir gegen Leipzig gesehen, hat dort nochmal sehr, sehr viel offensiven Druck erzeugen können. Und dann haben wir einen dritten Linksverteidiger. Den vergessen immer einige. Und zwar Lukas Ullrich. Lukas Ullrich ist keinesfalls ein schlechter Mann. Der spielt für unsere U23 wirklich richtig, richtig stark. Ich finde, sogar in der U23 ist Lukas Ullrich der Mann der Saison. Er macht das richtig top. Die letzten zwei Spiele waren zwar nicht so stark, aber trotzdem glaube ich, dass Ullrich das Zeug hat, langfristig in der Bundesliga zu spielen. Und Björkern, für ihn gibt es momentan bei Hertha BSC einfach keinen Platz, sollte man sich nicht von Plattenhardt oder Mittelstädt trennen. Sonst würde es nämlich ganz genau so sein, wie immer. Björkern würde nicht im Kader stehen. Felix Magert hat dort ganz kleine Linie gezogen und Björkern auch mehrfach aus dem Kader ausgeschlossen. Auch zum Beispiel im Relegationsrückspiel hat Björkern nur 9 Minuten insgesamt gespielt. Und ja, irgendwie gab es schon Probleme. Sein allererstes Spiel, das er für Hertha gemacht hat, dort hat er direkt mit Corona gefehlt. Seitdem konnte er sich nie so wirklich in das System reinspielen. Es hat die Spielpraxis gefehlt und auch Taifun Korkut hat er mit Endeffekt Frederik-André Björkern aussortiert. Und wenn Taifun Korkut das macht, dann hat das schon etwas zu heißen. Ja, das heißt, Verlina Björkern steht vor einer Rückkehr im Winter. Das berichtet zumindest 1998.nl. Und die sind eigentlich immer top informiert, was das angeht. Fredi Bobic sagte noch im Sommer, dass das wichtigste Ziel für Björkern die Spielpraxis ist. Man möchte Björkern so viel Spielpraxis wie möglich geben und dazu auch einen anderen Verein in Betracht ziehen. Und dort, dementsprechend möchte man, damit sich Björkern auch weiterentwickelt, eben eine Trennung im Winter von Fair Notre Dame forcieren. Und welcher Verein könnte dann aber Björkern verpflichten? Ja, das ist auch recht interessant. Wir haben ihn ja verpflichtet vom FK Bodo Glimp, der im Sommer erneut Interesse an einer Rückkehr von Björkern bekündet haben soll. Und auch im kommenden Winter, ja, möglicherweise Fredrik André Björkern zurückhören soll. Und sie möchten einen erneuten Anlauf starten. Ja, ob das klappt, ist halt schwierig. Denn die norwegischen Vereine haben, was die finanzielle Ausstrahlung angeht, nicht so viel Mittel wie zum Beispiel niederländische Vereine. Aber Björkern steht bei Hertha BSC bis 2026 unter Vertrag. Das heißt, Hertha BSC ist durchaus gewillt, auch Björkern langfristig abzugeben. Und wenn dort Bodo Glimp eine Rückkehr anpeilt, dann könnte man diese natürlich auch durchsetzen. Denn in Norwegen hat Björkern sehr gut funktioniert. Das ist unleugbar. Er hat dort 100 Spiele gemacht, ist norwegischer Nationalspieler. Und er ist ja auch nicht unverdient. Er ist ja kein schlechter Linksverteidiger. Aber er hat den Schritt von Elite-Serie, das heißt von der ersten norwegischen Liga in die Bundesliga oder von der Elite-Serie in die Eredivise. Diesen Schritt hat er nicht geschafft. Diese Qualitätsdifferenz macht ihn momentan sehr zu schaffen. Und das ist natürlich extrem schade für uns, dass er sich nie so wirklich anpassen konnte. Denn er zeigt vor allem in der Nationalmannschaft oftmals positive Akzente. Und man muss halt eben auch noch festhalten, dass Feyenoord-Rotterdam nicht irgendein Verein in der Niederlande ist, dass die, keine Ahnung, auf dem 12., 13., 14. Platz stehen, sondern dass sie momentan den dritten Platz belegen. Das heißt, dass sie um die Champions League mitspielen und natürlich dementsprechend immer die Top-Leistungen raufholen wollen. Außerdem ist die Konkurrenz im Kader extrem hoch, wie bereits erwähnt. Denn mittlerweile ist der zurückgekehrte Linksverteidiger auch wieder im Kader dabei und hat sich langsam aber sicher von seiner Verletzung erholt. Und man muss festhalten, dass auch Arne Schloth, der Trainer von Feyenoord-Rotterdam, bereits auf der Linksverteidiger Position mehrere Varianten getestet hat, auch eine Systemumstellung angepeilt hat, sodass man auch dort nochmal variabel ist. Und Björkern konnte sich dort nicht in das Herzen des Trainers spielen. Deshalb ist eine Rückkehr nach Berlin wahrscheinlich und damit auch ein Abgang von Hertha BSC. Und damit würde er im Winter hoffentlich Björkern den Verein fest verlassen. Ich hoffe für ihn, dass er bei einem anderen Verein, weil bei Hertha ist es nicht realistisch, dass er bei einem anderen Verein Stammspieler sein wird und dort an seine alten norwegischen Leistungen wieder anknüpfen kann. Das Potenzial dazu hat er auf jeden Fall. Das ist nicht zu leugnen. Aber das wäre dann auch der vierte Verein. Sollte er nicht zur Bodoglern wechseln innerhalb von 13 Monaten. Und das ist auch brutal und zeigt auch vielleicht, dass Hertha BSC die falsche Entscheidung in seiner Karriere war. Denn er hat definitiv sehr, sehr viel Potenzial bei Hertha BSC verschwendet. Wichtig für ihn wäre es, wenn Hertha BSC ihn nicht als Nummer 3 parkt, denn das macht ja offensichtlich keinen Sinn, sondern er braucht einen Verein, wo er langfristig auch spielen kann. Ob er da ein Fest wechselt, wäre auch aus unserer Perspektive nicht zu stimmen, denn wir haben ihn ablösefrei verpflichtet. Das heißt, das finanzielle Risiko war ohnehin gering und das Handgeld wird wohl auch nicht so hoch gewesen sein. Also mal abwarten, was passiert. Ich wünsche Björkern auf jeden Fall auch noch alles Gute. Vielleicht kann er sich auch noch im Fair-Nord durchsetzen, aber so sieht er aktuell überhaupt nicht aus, nicht mehr im Ansatz. Er ist ganz, ganz weit vom Kader entfernt. Aber mal schauen, was dort alles noch passiert. So, an dieser Stelle war es das mit diesem kleinen Update-Video, ein paar Transfer-News-Video. Morgen möchte ich auch über die Hertha BSC-Formation sprechen. Ob es heute daran einen Livestream gibt, das weiß ich noch nicht. Aber an dieser Stelle war es das mit diesem Video. Also abonniert ganz gerne diesen Kanal, damit ihr auch in Zukunft nichts mehr rund um die Hertha und die Bundesliga verpasst. Like gerne dieses Video, ja, wenn es euch gefallen hat. Schaut euch hier in der Endcard unbedingt noch meinen Stadion-Blog gegen RB Leipzig an. Schaut euch das unbedingt an. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, genießt den Abend und tschüss. Ich glaube, es soll auch immer noch mal sein. Bis dahin, genießt den Abend und tschüss. Bis dahin, genießt den Abend. 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 Vielen Dank.